Und das sehen Sie am Mittwoch im Marktplatz Neumarkt. Ab ins kühle Nass in wohltemperierten Becken. Das Neumarkter Schlossbad empfing seine ersten Gäste. Außerdem weg von den Floskeln. Auf der Nachhaltigkeitskonferenz ging es um einen Begriff, der oft erwähnt, aber weniger oft gelebt wird. Und Tipps vom Profi. Jörg Heiler zaubert wieder in der Küche. Das und mehr am Mittwoch. Ich hoffe, wir sehen uns.